Herzlich willkommen im Auto-Tino-Kanal, wir sind wieder raus und machen mit dem Adventure-René Lost-Blaze-Tour. Es bleibt spannend. So Leute, wir sind hier um Lost-Blaze. Wir haben den Eigentümer gefragt, wir dürfen uns hier heute Abend ganz legal aufhalten. Und wir haben gedacht, wir branken heute auch mal andere Lost-Blazer. Wir schauen uns jetzt, es ist noch hell. Wir warten jetzt in der Dunkelheit, wir suchen ein schönes Eckchen und dann gucken wir mal, wen wir entdecken. Also viel Spaß. Und jetzt hier im Hauptbecken des Thermalbades, wo jede Menge Kram liegt, hier in die Ecke, wo mal irgendwie eine Wöhlbulle war oder sowas, da machen wir uns jetzt eine kleine Sitzecke hin und warten auf die ersten Opfer. Können wir uns beim Aufbauen zugucken. Los geht's. Können wir uns beim Aufbauen. Ja, da sollte man nicht direkt gesehen werden. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Geiler wäre natürlich hier nur zwei alten Sesseln. Was machen wir hier? Gut, ich halte euch aber gleich erstmal wieder dabei, wenn wir die ersten Bewegungen haben, so hat hier nämlich ein Long-Video. So, wir haben die ersten Bewegungen vielleicht. Kann das Licht haben wir euch an, man, ihr seht noch nichts außer Dunkelheit. Hallo. So, wenn ihr das nicht sehen soll, dann ist das nicht offen. Hören ist wichtig. Schwein, dunkel. Warum auf, wenn wir reinkommen, wir sind gerade auf dem Stuhl. Das ist schon mega spooky. Ja, ich guckee mich. Me quema coco. Wir rennen jetzt hier rum. Gucken im Dunkeln. Oh, das Licht. Jetzt ist mir der Osmo. Die ist natürlich für die Dunkelheit nicht so geeignet. Outsch. Was? Das ist nix. Fehlalarm. So, Freunde. Wir brechen jetzt ab nach guten vier Stunden. Ihr seht, es ist dunkel wie ein Bärenhintern. Ich muss ja mal ein bisschen runterdrehen, weil ich war geblendet. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt was sehen kann auf der Kamera. Wir rennen jetzt noch mal durch. Vielleicht haben wir Glück und treffen noch einen an. Und wenn nicht, ist es auch so. Und wir hatten trotzdem eine schöne Zeit. Ich in der René. Also seid dabei jetzt im Dunkeln. Lost Place. Ganz legal. Los geht's. Wir brechen jetzt ab, wie gesagt. Zeigen euch aber nochmal die Atmosphäre. Lost Place bis bei Nacht. Macht sich vielleicht jusqu'o Schild. Wake in dem Anna rüber. Ha toll. Wir bleiben jetzt raus. Hallo. Our Helen. Hat der Pisk? Herr shredded Mythische. Hatlls jetzt rund Zeit... ... Savior. Es wird schon zugemacht. Ja, wie immer. Ja, hier ist er auch. Ja, hier ist er auch. Das hier, wenn wir es so anschassen, das passiert nichts. Also ihr könnt euch daran nicht schneiden. Dann geht es wieder in den Bereich des Schwimmbads. Hier hoch geht es in den Bereich der Sauna. Ja. 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 Ich kann ja erst vorstellen, dass er die Seiten weiß bestimmt noch riesen, riesen, schönes, wunderschönes. Wir sind hier im Hintergrund, jetzt sind wir hier in der Saunaecke. Ich habe euch jetzt mal so ein bisschen Eindrücke ohne Gerede, jetzt mit hier mittendrin, hier war wohl so eine Gemeinschaftssauna, hier ist wohl der Aufgussofen. Ja, Toiletten duschen. Mmm, die ist besonders schön voll gemacht. Ja, ich habe das gemacht. Das wird von der Flyer. Hier stinkt es aber. Das wird von der Flyer. Das wird von der Flyer. Das war's für heute. gar nicht gesehen weiter wie haben sie die denn da rausge versucht geklauen oder was hier waren sonnenbänke drin hier waren sonnenbänke das waren alles sonnenbänke das war ein schönes vorgespacht Das ist so, man. Oh, oh, oh. Okay. Ja Freunde, das ist der gute Schluss.